hey gut dass ihr hier seid ich habe mal einen riesigen koffer dabei meine güte so groß du meine gute güte sag mal glaubt ihr hier könnte eine mundharmonika drin sein wer für ein großmaul wir sagen 56 78 und was ist in diesem koffer drin was 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 ist hier drin schneller 56 78 was ist in diesem koffer drin was ist gut noch schneller achtung fertig los sehr gut und jetzt machen wir so schnell dass man es gar nicht mehr sehen kann auf die plätze fertig großartig ist dreimal hintereinander so schnell dass man es gar nicht mehr sehen auf die plätze fertig los der war gut wir gucken rein mal also ist wirklich ein bisschen schwer so Achtung so und war ja wisst ihr was das ist das ist ein saxophon und wisst ihr warum das saxophon heißt weil es der herr sachs erfunden hat das heißt wenn ich jetzt ein instrument erfinden würde würde das lorenzfon heißen oder vorhin hatten wir wenn die ader und das erfinden würde wären es ein aderfon oder die loki wäre es das lokifon so guck mal hier hals mundstück da hat es noch so ein kleines bambusblättchen dran das kann man bisschen anfeuchten und dann haben wir dazu schnittig in der hand da gibt es noch so ein bändel dazu und hier so eine öse seht ihr da kann ich das einhängen und jetzt Achtung und wisst ihr was das verrückte ist wenn ich nur puste dann klingt das so dann kann ich aber noch singen dazu da mache ich und dann ist so und dann kann ich es mischen mal ein bisschen funky hier Mensch Kinder das war das Saxophon Mundstück ganz viel so Knibbels und guck mal ganz viel so Knibbels und große Klappen das ist ein bisschen ein altes hier aber na und hier die Knibbels zum den Hals rausnehmen dann hat es hier noch extra so ein Stopfen damit das hier nicht verbeult so normalerweise hat das eigentlich so einen Deckel hier so ein Mundstück das ist ein Metallmundstück das ist noch lauter und bei dem habe ich leider einen Deckel verloren da habe ich mir selber was guck mal selber was gebastelt finde ich auch okay so und jetzt den Pendel nicht vergessen wieder dieser riesen Koffer und genau ich sage tschüss zusammen habt ihr super gemacht tschüssi wuuu tschüssi 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 Untertitelung des ZDF, 2020